Um das Profil eines Mitglieds zu löschen, klicken Sie in der Menüleiste auf Organisation und anschließend auf Mitglieder. Rufen Sie über die Suchleiste das Mitglied auf, das Sie löschen möchten. Vor dem Löschen müssen Sie alle Inhalte des Mitglieds entweder entfernen oder verschieben. Wenn Sie die Inhalte entfernen möchten, wählen Sie Elemente verwalten aus. Markieren Sie alle Elemente, die Sie nicht mehr benötigen und klicken Sie anschließend auf Löschen. Die zwei markierten Elemente wurden gelöscht. Wenn Sie die Inhalte behalten möchten, können Sie die Elemente einfach an einen anderen Besitzer übertragen. Klicken Sie dazu auf Inhalt übertragen und wählen Sie das Mitglied aus, dem Sie den Inhalt zuweisen möchten. Sie können sich die Inhalte, welche Sie nun übertragen werden, auch noch einmal ansehen. Bestätigen Sie mit Übertragen Solch eine Übertragung kann eine Weile in Anspruch nehmen. In diesem Beispiel geht es jedoch schnell, da Maximus der Frau nur noch vier Elemente besaß. Wählen Sie nun im Dropdown-Menü die Option Mitglied löschen aus. Wenn Sie sich ganz sicher sind, bestätigen Sie den Vorgang durch einen Klick auf das rote Feld. Das Mitglied wurde nun aus Ihrer Organisation gelöscht. Das erinnerellene functions, also das wird ein Teil von Knoten. Aber die Ausdobung sind in der Baustge. Untertitelung des ZDF, 2020